Seid herzlich willkommen zur 2. Folge von heute Kingdom Hearts 1. Was war das für eine Begrutung? Oh, was ist da auch noch? Komm schon Zora. Alter, das... Die dahin habe ich ja gar nicht für voll genommen. Was war das für eine Begrutung? Ja, komm. Oh man, warum? Warum kann ich die auch nicht angesehen? Komm schon! Was ist das für eine Begrutung? Was ist das für eine Begrutung? Was ist das für eine Begrutung? Oh, besser, viel besser. Na ja, gar nicht so schlecht Kleiner. Scheiß als würde ich bei den Spielen mitmachen. Leider nicht. Warum denn? Zwei Worte. Ihr seid keine Helden. Ach komm schon. Als wahrer Helden musst du erstmal mit dieser Magie fertig werden. Die Kraft des Stroms erhalten. Die Magie Blitz. Na gut. Sollte ja kein Problem darstellen. Aber ich möchte gerne erstmal speichern. Hm, stur der kleine Bock. Findest du nicht? Wer bist du? Hey, warte mal du kleinen Gemüse. Warte, warte, lass mich raten. Du willst bei den Spielen mitmachen, stimmt's? Na dann, hey, wie wär's damit? Für mich? Schenke ich dir. Viel Glück, Junge. Ich drück dir die Daumen kurzer. Ach, das ist aber nett von Haris. Gehen wir gleich nochmal rein und zeigen ihnen die. Hey, woher hast du die? Können können wir jetzt an die Spielen teilnehmen? Nun, ich schätze ja. Doch, zuerst die Vorkämpfe. Bereit für die Vorkämpfe? Na ja, gut. Ein paar verrückte Typen nehmen an den Spielen teil. Sehe ich dir also vor. Arena des Olymps Vorkämpfe. Oh. Lol, können die denn gar nichts? Ja, nicht schlecht. Da war ja die Vorkämpfe mit den Fesseln anspruchsvolle. Ihr seid noch keine Helden, aber ihr schlagt euch wacke. Gut, dass ich... Gut, dass ihr mich als Trainer ausgesucht habt. Moment, ich... Das ist doch Cloud. Ich fürchte, der wird schwer zu besiegen sein. Wer weiß, vielleicht müsst ihr gegen ihn antreten. Runde 2, die Fensterlösen. Runde 2, die Fensterlösen. Runde 2, die Fensterlösen. Die Kämpfe an sich sind ja easy, ne? Die Kämpfe an sich sind ja easy, ne? Du bist besser als ich dachte, Kleiner. Nee, ich wünschte... Er könnte das sehen. Wer? Herkules. Er ist ein Held, falls es es je einem gegeben hat. Zu schade, dass er gerade seinen Vater besucht. doof. Ey, komm. Hier. Hier. Hier, du blödes Teil. Hier. Hey. Gershav! 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 Ehe-hah... Gershav! Gershkare... Gershav! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Na, ihr Kleidchen hier. Oh, keine Magine. Ja, nicht schlecht. Als nächstes kämpfst du gegen die kleinen Kräuter, klar? Vermassel es nicht, mach ihnen alle. Der große Gott der Unterwelt hat Angst vor einem Kind? Sorry, aber in meinem Vertrag steht... Ich weiß, glaubst du das nicht? Ich hab den Vertrag aufgesetzt. Ich weiß, dass dein Auftrag nur darin besteht, Hermonis umzubringen. Aber vorher musst du gegen diesen Jungen kämpfen. Ist das klar? Wie die alte Zicke schon sagt, Regel Nummer 11. Ist alles nur ein Spiel, also hau rein und amüsier dich. Auf einen Toten mehr oder weniger kommt's doch nicht an, oder? Der ist ja steifer als die steifen Säcke zu Hause. Trotzdem trotteln wir dem, ist leicht dabei zu kommen. Ah ja. Die Prelle. Jaén. Hey. Oh, wow. HUDG. Uhm? Oh, wow. Ah! Ey! Haben wir dich? Schau, in diesen Dingen kann ich keine Feind klappen, alles klar. Und ich... Ist das alles was wir drauf haben? Es ist so schön, wenn man die Anzeige sehen kann, wie viel Kraft die Gegner noch haben. Ist das alles was du drauf hast? Mann! 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 Wir haben keinen Items hier! hab ich jetzt stimmt eine regel habe ich noch vergessen es kann zu unfällen kommen das war egal ob ich jetzt verlieren schaffst du hier raus okay das war knapp das war der wächter der unterwelt herkula ist bestimmt nicht fertig andererseits vielleicht auch nicht das sieht nicht gut aus du wirst nicht in die arena gehen klar das ist kein spiel das wird ich habe keine angst aber vielleicht hätte ich mich vorher heilen sollen kleiner ich habe zwei worte für dich es war einfach so ich habe ich habe Okay, ich bin zwar geheilt, aber so rausgefunden, wie ich der Severus angreifen soll, weiß ich noch nicht. Aber wir wollen Items raus, aber definitiv eine Potion, eine High Potion und dann bekommt er noch eine Mega Potion. Donald bekommt auch noch was, Goofy auch, dann können sie uns wenigstens heilen. Und auf geht's. Vielleicht hätte ich auch ein paar Elixiere mitbringen sollen. Das ist scheiße, dass ich das nicht überspringen kann. Aber mit dem Basskämpfen habe ich hier so meine Probleme. Kleiner, ich habe zwei Worte für dich. Kämpfen! Komm! 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 Danke, Goofy. Oh, nice. Hey! 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 Ich liebe Dacia Samuels. Wow. Ow! Oh! Entfernungwahl erhalten Und so ernenne ich euch hiermit zu Juniorhelden Und übertrage euch alle Rechte und Privilegien an den Spielen teilzunehmen Des Weiteren Hey, was willst du mit Juniorhelden? Zu wahren Helden fehlt euch Grünschnäbeln schlichtweg noch das Zeug Und was braucht man dazu? Tja, das ist etwas, das ihr schon selber rauskriegen müsst Ganz genauso wie ich damals Kein Problem, wir werden in den Spielen beweisen, was wir drauf haben Spiele gibt es sobald keine neuen Muss erstmal das Chaos von der letzten Schlacht beseitigen Okay, wir kommen wieder Ich fasse es immer noch nicht Der Junge hat tatsächlich Kerberos besiegt Mal unter uns Ich hatte Kerberos schon fix und alle gemacht, bevor der Kleine ins Spiel kam Meine Lippen sind versiegelt Helm-Lizenz erhalten, sehr schön Da sehe ich noch eine Triothek Denn dann wollen wir die ja gleich mitlegen, ne? Mitrile jetzt halt Naja, bis aus gar nichts Okay Oh, klaut Hey, alles in Ordnung? Ja Warum hast du dich mit ihm überhaupt eingelassen? Ich suche jemanden Und Hades hat versprochen zu helfen Ich setzte auf die Macht der Dunkelheit Aber das war ein Fehler Ich fiel in die Dunkelheit Ich konnte das Licht nicht finden Du wirst es finden Ich bin auch auf der Suche Nach deinem Licht? Pass gut darauf auf Wie wär's mit einer Revanche Aber auf die Fähre-Tour Ohne finstere Mächte Ich glaub, darauf verzichte ich So, halt Perforieren Nice Was ist denn das? Ziel wird durchstoßen Kombo durch rechtzeitiges Tastendrücken Mit Kampftechnik MP-Verbrauch 2 Na toll Und ich hab gerade nicht Genügend MP MP-Hast MP-Haltung Wird beschleunigt Cool Charmeur Zieht HP und MP-Kugeln Und ich kann Gerade Nichts Fliegt auf das Ziel zu Schlägt Bombe ich ein Spezialattacke MP-Verbrauch 1 Ja, mal gucken Das werden wir vielleicht Vorliegen halt einfach mal machen Einen Ansatz Wenn wir es Können Er ist stark Er ist nett Er ist immer für einen da Und schön ist er auch Er ist Vollkommen In jeder Hinsicht Vollkommen Nervtötet Er macht mich Wahnsinnig Moment Warum mach ich mir Sorgen Ist doch alles arrangiert Ganz ruhig Oh, ganz einfach Soll Herkules doch den Jungen trainieren Bei den nächsten Spielen Kassiert sie beide Wer hat dich denn zu der Party Eingeladen Halt dich da raus Das ist meine Show Wie du wünschst Vielleicht gewinnst du ja tatsächlich Wer hat dich denn zu der Party Eingeladen Okay, jetzt kommen wir ja dann Erstmal nicht weiter Dort haben wir Schlüssel Von da Ich würde gerne zum Mikilschloss Aber da können wir leider hin Das heißt wir fliegen jetzt mal nach Traverse zurück In der Hoffnung auf Frag mich Aue Achso Stimmt Ich glaube Aus fliegen Werde ich mich einfach mal Ein bisschen ran setzen Und mal schauen ob ich jetzt Unser Gummischiff ein bisschen Verbessert kriege So bin ich jetzt mal endlich da Boah, da habe ich schon gedacht Der will mir hier abschwimmen Oh ja Da ist es mal Mama Mama Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde jetzt gerne mal hier zum Ziel kommen. Also wollte ich mich eigentlich bealden. Ich möchte hier mal nach... Oh, Traverse! Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich den hatte. Ich glaube, wir müssen sowieso zu Dings hier hin. Aber vorher will ich... Danke. Gut Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann allerdings. Habt einen wunderschönen Tag, beziehungsweise einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ciao!